so dann lasst uns mal das haus überprüfen ich weiß nicht dieses familienbild sind wir vielleicht in dem haus von dem typen oder der person die uns gewarnt hat oder lieber über das funkgerät mit uns spricht ich weiß es nicht ob jetzt hier reingeloggt worden sind so sie mit waschbecken kein wasser das wäre natürlich nicht verkehrt gewesen mikrowelle auch kein strom mehr was ist denn das 8 dog food ok jetzt sollen wir das nehmen mit dem hundefutter ist aber leer so wie es aussieht ist da hinten noch was ja hier ist noch ein bisschen was my dog walter da sei noch süß aus alles leer mtm so die küche ist soweit erstmal und zwar hier liegt ein brief oder ein zettel looks expensive and heavy doubt any looters would be able to hold that thing too far hat sich den tisch angeguckt ok was haben wir da whisky flaschen nicht schlecht was ist eigentlich mit unserem alten herrn der in den wir jetzt allein gelassen haben das ist wahrscheinlich nicht die beste idee gerade jetzt ich brauche fros zu bleiben wie kommt es denn jetzt hin der war ja alleine gegen die ganzen zombies So. Mal sehen, ob wir den wiederfinden. Ich hoffe, lebendig. Hier ist also das Familienfoto. Da ist der Hund mit drauf. Vielleicht können wir mit dem Whisky auch die Wunde reinigen von Omid. Was ist das denn für ein Bild? Nicht genau mein Stil. Nichts hide in hier. Eine hässliche Toilette. So. Dann haben wir es doch auch schon fast alles, oder? Ne, unten geht es noch weiter. Alter, das Haus ist riesig. Oh, oh, oh. Eine Doppeltür. Jesus! Oh. Was? Was ist passiert? Ach, eine Besenkammer? Es ist nichts. Nur nichts. Eine Besenkammer als Doppeltür? Und da war Blut am Mob. Nur noch etwas, um zu checken. Da war Blut an dem Whisky, Mob. Was nichts Gutes bedeuten kann. Oh, letzte Tür. Komm schon. Auch leer. Das ist die letzte Runde. Sieht so, dass es nach unten ist, ist es sicher. Well, das Ort ist nicht so viel. Wir sollten hier für ein paar Jahre sein. Zumindest, bis es nach unten ist. Oh, mit. Du darfst nicht sterben. Nur zu klemmen. Komm schon. Oh, oh. Oh, oh. Lee, du musst jetzt hier hochkommen. Was ist falsch? Es ist Kenny. Oh, oh. Kenny sagte, er dachte, er hat etwas gehört da oben da. Er ging, um zu schauen. Er ist da oben? Ich kann ihn nicht runterkommen. Oh, nein. Bleib hier. Ich wollte mich so, Igna. Hey, die wollen mich nur verarschen. Jetzt ist nicht lustig. Aber Kenny ist, glaube ich, auch nicht für Späße da. Word ist nichts übrig für Späße. Oh, oh. Oh nein, Kenny. Hä? Nein, das ist der kleine Junge. Nein, von der Familie. Ich raste aus. Nein. Oh, Kenny, du musst das nicht machen, ich mach das. Oh, das ist ja echt, das ist ja echt total. Der ist ja unverhungert. Ich glaube, wir werden den Zombien anschauen. Gib Waffe, Kenny. Nein. Der Arme. Erschießen wir ihn oder erschlagen wir ihn? Zertreten. Oh, ey Leute. Gebt mir doch nicht diese Option. Ihr seid doch blöd. Also, ähm, schießen ist etwas zu laut, aber ist halt, dann ist er sofort tot. Zerschlagen oder schlagen dürfte er auch sofort tot sein, oder? Oh, komm ey, komm wir schießen. Oh, ist das fies. Ich hab mich entschieden es selbst zu tun. Der sieht wirklich aus wie Dark. Der sieht wirklich aus wie Dark. Oh Gott ey. Begreiben wir ihn jetzt mit seinem Hund zusammen, oder? Ja. Wer kommt da jetzt mit rein? Der ist verhungert ey. Okay, komm. Vergraben wir ihn. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Clementine. Oh, Mann, ey. Ich schlacht mir aber auch komplett aus hier, dass du schön langsam den verbuddelst. Das ist so mies. Oh, nein. Fuck. Alter. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Ich dachte, ich sah etwas außerhalb des Fenzes. Etwas, oder jemand. Ich habe nicht so gut genug gesehen. Die Art, wie sie geflogen wurden, ist es zu schnell, um ein Geflogen zu sein. Könnte es sein, der Mann, der uns folgt? Die Geflogen auf der Radie? Ich weiß nicht, sie haben nichts gesagt. Sie standen da, aufzuhören. Ich glaube, das war der Vater von dem Jungen. Ich bin gut. Ich bin gut. Was ist all die Ruckus? Lee thinks he might have seen someone out there spying on us. Maybe it's a goddamn bell ringer. Man, remember when Walkers were what we were most afraid of? Those are starting to seem like the good old days. Well, the hell with this. I'm not gonna let whoever's out there keep us from getting our boat. We've hold up here long enough. I'm heading down to River Street. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now, to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. So, komm schon, wir brauchen Vorräte. Wow, Kenny. Maybe it's not such a bad idea to check the place one more time. I said, I'm done with this house. We can do both. Ben, you take one last look around the place. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Aha. Wir können jetzt nicht. But you promised we'd go find them when we got here. On the train. You promised. Ja, wir finden sie auch. I know I did, Sweet Pea. I haven't forgotten. But Savannah is more dangerous than I thought it would be. We all need to stick together as a group. Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Bleib und beschütze Clementine. That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. So, Ben. Ich verlasse mich auf dich. Wir müssen jetzt ein Boot finden. Ich bin mir ziemlich sicher, das war der Vater des Sohnes, des Kindes. Infected. Oh, shit. Oh, die haben hier sogar... Die haben alles verriegelt und markiert. Wo sie Zombies drin hatten oder wussten, dass dort Zombies drin sind. Das ist eine Riesenstadt. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Willst du reden? Hey, uh... So, you want to talk about it? About what? About what happened back there? In the attic? No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Oh, oh. Verstecken, verstecken, verstecken. What in the hell is going on? Ah. Vielleicht tut... Oh no, but the person ringing that bell might be doing us in favor. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Okay, that made us the way free. Let's keep moving. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh, oh. Oh, oh. Oh, my God. There's gotta be a boat. There's gotta be. Oh, scheiße. Kinneyman, let's just go back to the house and tell you this. Come up with a new plan. This is the plan. It's the only one we've got. And you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. This one might still be salvageable. Ich hoffe, du hast recht. You better be right about this. I said it might be. Give me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Dann schauen wir mal. Das Boot ist nicht zu retten, auf keinen Fall. Hä? Ah. Bretter ansehen. Schauen wir uns die Bretter an. Looks like the whole city has been boarded up. For all the good ideas. Gut, dafür musste er jetzt ganz nah rangehen, damit er das erkennen konnte. Was haben wir hier noch? Es ist ein altes Geldregister. Das wird man diese Tage benutzen. Okay, okay, okay. Ansehen, Zeitungsstand. Bretter ansehen. Markierung ansehen, ja. Was macht diese Markierung? Was sind diese Markungen? Sie sind überall überall. Oh nein. Das hab ich ja gerade gar nicht gesehen. Fuck. Was ist das so, dass es sein soll? Ich werde... Warnung? Oder mach das so. Oh, das sind alles Zombies, auch da unten. Ich erschieße die nicht, das ist Munitionsforschung. Oh, guck dir das mal an. Schauen wir mal durch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich braucht man dafür Münzen immer. Äh, ah, Kasse, Kasse, Kasse. Wir haben ja gerade erst eine Kasse gefunden. Nee, na klar. Das wäre zu einfach. Äh. Äh, hä, 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 hä. Wo sollen wir jetzt eine Münze herbekommen? Ah, na klar. Warum wir jetzt echt? Was haben wir hier noch? Straßenbahn ansehen. Wie kommen wir... Aufbrechen. Unser Multidual. Yay. Und jetzt schauen wir mal durch. 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 Vielen Dank.